Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nichterweisheit, letzter Schluss. Dieses Mal geht es darum, wie ihr große Dateien in eurem lokalen Netzwerk verteilen könnt und das Ganze mit BitTorrent. Ja, eben ein System, was ihr wahrscheinlich aus anderem Zusammenhang kennt, um große ISOs zu verteilen übers Internet. Aber das Ganze kann man lokal auch verwenden, um dort große Dateien zu verteilen. Erstmal grundlegend, was BitTorrent so macht, im Gegensatz zu anderen Kopiervarianten wie lokale Web-Server, von denen alle was runterladen oder mit SCP von einem Rechner auf den anderen was kopieren. Der Witz an BitTorrent ist, dass Clients untereinander bereits runtergeladene Teile austauschen von Dateien. Also wenn jetzt Client A schon den Anfang hat, kann Client A diesen Anfang an Client B, C und D weitergeben und vielleicht hat B von dem Original-Server schon den nächsten Teil runtergeladen und dann tauschen wir es untereinander aus. Bei den meisten Netzwerken ist es wahrscheinlich relativ egal. Da habt ihr ein zentrales NAS, was gut genug angebunden ist und von dem zentral alle Daten unterlesen bzw. dorthin schreiben. Wenn ihr jetzt aber wirklich große Daten habt und auf wirklich viele einzelne Rechner eine Datei verteilen wollt, dann ist es durchaus praktisch, das über BitTorrent zu machen oder über ein anderes Protokoll, was untereinander zwischen den einzelnen Teilnehmern vermittelt. Und dass dort Teile ausgetauscht werden. Denn der limitierende Faktor ist ein langsames Netzwerk. Das ist natürlich wiederum Definitionssache. Bei mir kommt das Ganze aus einem M23-Projekt, wo es ein 100 Mbit-Netzwerk gab. Und die einzelnen Rechner, die innerhalb von diesem Netzwerk waren, sollen eine 30 GB Datei runterladen. Wenn man das jetzt machen würde von einem zentralen Server, ist man da mit sehr vielen Stunden mit dabei, alleine fürs Runterladen. Wenn man jetzt aber die einzelnen Clients, die einzelnen Rechnerteile austauschen lässt, dann haben diese von jedem Punkt im Netzwerk, also jeder Rechner, von jedem Rechner zu jedem Rechner, bestehen diese 100 Mbit. Ansonsten müssten sich alle Rechner diese 100 Mbit zu einem Server teilen. Also die Bandbreite ist für den einzelnen deutlich geringer. Wenn die allerdings Teile untereinander austauschen, dann ist diese Limitierung nicht so groß, weil sie Teile austauschen können. Der limitierende Faktor dabei ist der Switch, der auf jedem Port den 100 Mbit hat, aber wirklich von jedem Port zu jedem gibt es 100. Also von daher, mit so einer Lastverteilung geht das Ganze deutlich schneller. Dann haben wir als verschiedene Teilnehmer an diesem System, wir haben einmal hier den ursprünglichen Sender, also der als erstes die Originaldatei in der vollen Größe mit allen Blöcken hat, der nennt sich Seed, also Sender, von dem aus das ausgeht, das Ganze. Und dann haben wir nachher Peer, also das ist jeder Client, der an diesem BitTorrent-Netzwerk teilnimmt, also der Teile runterlädt von einer Datei und auch wieder anderen zur Verfügung stellt. Und wenn jetzt so ein Peer, ein Client, alle Teile von der Datei zusammen hat, kann er die auch weiterhin an die anderen verteilen. Also der Download-Prozess ist für den zwar durch, aber er verteilt weiter, dann wird er automatisch zu einem Seed. Dann haben wir als Komponente zum Verwalten einen Server, einen Tracker im Netzwerk, der die Liste mit den verschiedenen Peers, die daran teilnehmen, speichert und anderen zur Verfügung stellt. Und ja, genau, da fragen die einzelnen Clients, die Peers an, wer hat diese Datei? Und dann wird gesagt, ja, Client A, B und C hat die. Und dann holt euch die mal von dort. Und der Rest läuft untereinander zwischen den einzelnen Peers, ohne dass der Tracker noch weiter verwendet wird. Dann haben wir noch eine Punkt-Torrent-Datei. Das ist so eine Index-Datei, in der die Adresse von dem Tracker drinsteht. Das kann eine IP-Adresse sein oder es kann ein auflösbarer Hostname sein, ein Fully Qualified Domain Name oder irgendwas anderes, was sich auflösen lässt. Und da drin stehen auch die einzelnen Dateien, die Datei oder Dateien, das können auch mehrere sein, Prüfsummen und das auch über mehrere Blöcke da drin. Also diese ursprüngliche Datei, die wird so in Häppchen aufgeteilt und über jedes Häppchen wird eine Prüfsumme gemacht. Und in dieser Torrent-Datei werden diese einzelnen Häppchen Prüfsummen abgelegt. Und natürlich steht auch drin, wie groß die ganze Datei nachher ist, beziehungsweise die einzelnen Dateien, dass man auch hinterher sehen kann, dass alles korrekt übertragen wurde. Damit wir damit überhaupt loslegen können, brauchen wir erstmal eine Torrent-Datei. Und die kann man zum Beispiel mit Bild-Torrent erstellen. Das ist so ein kleines Kommandozeilen-Programm. Und dort haben wir als Parameter "-a", das ist Announce, da geben wir die URL von unserem Tracker an. Also eine IP, beziehungsweise einen aufgelösbaren Namen. Dann den Port, eine Portnummer, die wir frei festlegen können. Die müssen wir uns aber merken, denn die brauchen wir später noch. Und bei dem Tracker, den wir verwenden werden, kommt der noch "-announce", hinten dran. Und daraus setzt sich dann die ganze URL zusammen, http, doppelpunkt, schräg, 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 schräg am Anfang. Und dann geben wir eine Liste von Dateien an oder nur eine Datei. Und hinterher, wie die Torrent-Datei heißen soll, unser Index. Da haben wir einen Namenbestandteil, den können wir frei wählen. Und die Endung sollte .torrent sein. Ja, und unter Debian heißt das Paket BuildTorrent, genauso wie das Programm selbst. Der Einfachheit halber habe ich das bei M23 so gemacht. Also M23 läuft sowieso auf einem Webserver, die Admin-Oberfläche und auch wie Skripte für die M23-Clients erstellt werden. Und von daher habe ich dort eh einen Webserver. Da lege ich auch diese Torrent-Dateien ab, damit die Clients diese Torrent-Datei darunter laden können. Und das ist ein relativ einfacher Weg, um diese Dateien zu verteilen. Unabhängig von M23 könnt ihr natürlich irgendeinen Webserver installieren, also Nginx, Apache, Caddy, und dort die Torrent-Dateien ablegen und dann könnt ihr die über den Client, der gleich auch noch kommt, die Dateien direkt in einem Aufruf herunterladen von dem Webserver und dann wird der Torrent auch gestartet. Also macht das Leben einfacher, könnt ihr es natürlich auch anders machen. Bei einem Debian-System gibt es keinen richtigen BitTorrent-Tracker mit dabei oder irgendwie nichts, was mir gefallen hat oder was in meinen Test-Szenarios wirklich funktioniert hat. Darum habe ich geguckt, was es so gibt und bin dann auf den Open-Tracker gestoßen. Da könnt ihr hier auf die Projektseite drauf gucken. Und da es nicht im Paketsystem mit drin ist, müssen wir Quelltext unterladen und selbst kompilieren. Ist jetzt keine großartige Sache. Ich habe das hier mal so ein bisschen zusammengefasst. und ihr könnt auch auf die Seite drauf gucken. Da ist es noch ein bisschen weiter erklärt, wie das funktioniert. Also was ich hier jetzt mache, ich habe so ein Skript gebaut. Als erstes definiere ich mir ein temporäres Verzeichnis, in dem das ganze Zeug gebaut wird. Da werden die Quelltexte runtergeladen und da wird kompiliert. Und ja, genau, das kann man hinterher auch wegschmeißen. Also beziehungsweise mein Skript hier schmeißt das Verzeichnis auch hinterher weg, nachdem das durchgelaufen ist. Für den Open-Tracker können wir Optionen setzen. Und ich habe jetzt hier einmal das genommen, damit ich eine Whitelist übergeben kann. Eine Whitelist ist eine Datei, in der Hashes drinstehen für Torrent-Dateien, die ich überhaupt mit meinem Tracker verwalten möchte. Ansonsten könnte es sein, dass irgendjemand diesen Tracker verwendet und darüber andere Torrent-Dateien verwalten lässt. Und das will ich nicht. Also ich will wirklich beeinflussen können, welche Torrent-Dateien mein Tracker verwaltet. Also sehr diktatorisch das Ganze. So möchte ich es gerne haben. Dann möchte ich auch noch Kompression zwischen dem Tracker und den Clients, also den Peers. Und hierüber lege ich auch noch fest, dass man keine Statistiken allgemein verfügbar runterladen kann. Ansonsten kann man den Tracker wohl irgendwie fragen, Liste mir mal auf, welcher von den Clients, was gerade verteilt oder so irgendwas. Und das möchte ich nicht. Das brauchen wir auch nicht. Also von daher deaktiviere ich das so weit, wie es geht. Dann lege ich hier dieses Temporäre Verzeichnis an und wechsle da gleich mal rein. Und dann brauchen wir diese Bibliothek Libofet. Also die ist von Fefe. Also vielleicht kennt der eine oder andere ihn auch von seinem Blog hier. Und er macht auch Software. Und unter anderem diese Bibliothek hier. Die müssen wir mit CVS runterladen, beziehungsweise den Quelltext davon. Dann gehen wir in dieses neu erstellte Verzeichnis rein, kompilieren das Ganze durch und verlassen das Verzeichnis auch wieder. Dann brauchen wir noch unseren OpenTracker hier. Den holen wir uns mit Git von diesem Repo hier. Gehen da auch wieder ins Verzeichnis rein. Und über diese Schleife hier setzen wir in der Makefile einzelne Funktionen, die wir hier oben definiert haben. Danach wird das Ganze wiederum kompiliert. Und die kompilierte Datei, die nachher herauskommt, also OpenTracker heißt die, die verschieben wir hier rein. Und je nachdem, wie ihr das Ganze aufgerufen habt, also eigentlich solltet ihr es erst natürlich ohne Root-Rechte machen. Mit meinem Skript mache ich das allerdings damit, weil ich das Ganze noch verpackt habe in ein Paket, was Quelltext runterlädt, kompiliert und an die richtige Stelle schubst. Aber im Zweifel 2 müsst ihr hier diesen Teil mit Root-Rechten machen, damit diese kompilierte OpenTracker-Datei auch hier in dieses Verzeichnis verschoben werden kann. Ja, und danach räumen wir noch ein bisschen auf. Dieses temporäre Verzeichnis schmeißen wir wieder weg. Und dann haben wir systemweit den OpenTracker installiert. Damit wir jetzt auch noch diese Whitelist erstellen können, brauchen wir noch ein weiteres Programm, was btcheck heißt. Das Paket heißt genauso unter Debian jedenfalls. Da haben wir einen sehr speziellen Hash-Algorithmus, der info-hash heißt. Der macht nämlich nicht über diese ganze Torrent-Datei einen Hash-Wert, sondern bloß über Bestandteile davon, also über so einen Informationsbereich. Also ich glaube, die Dateigröße, die dort drin steht in der Torrent-Datei für die einzelnen Dateien, da wird ein Hash drüber gemacht und über andere Teile auch. Von daher braucht ihr ein sehr spezielles Programm, was das überhaupt auslesen kann. Ich hatte vorher, ich glaube, R-Hash hieß das. Da gab es auch so eine Option, um diese Info-Hashes anzulegen. Aber der Wert war falsch. Also der wurde falsch berechnet, hat nicht funktioniert. Von daher solltet ihr wirklich hier btcheck nehmen. Das aus dem BitTornado-Projekt gibt es insofern nicht mehr. Das ist eingestellt worden. Das hatte ich sehr viele Jahre vorher in M23 auch drin. Das hat immer super funktioniert. Aber das gibt es nicht mehr. Von daher musste ich mir das jetzt zusammenpuzzeln aus verschiedenen einzelnen Paketen. Also jetzt btcheck. Ja, genau. Also verwendet wirklich das, wenn ihr weniger Probleme haben wollt. Und btcheck muss man mit jeder einzelnen Torrent-Datei einmal ausführen. Das mache ich hier mit diesem, ja, mit diesem Einzeiler, der jetzt für euch zwar mehrere Zeilen ist, aber ja, prinzipiell ist es ein Einzeiler. Als erstes lasse ich mir über Alice-Stern.Torrent so eine Liste mit den einzelnen Torrent-Dateien im aktuellen Verzeichnis erstellen. Dann vielleicht A-Torrent, B-Torrent und so weiter. Und diese Liste wird weitergegeben an Xarx. Und Xarx nimmt aus der Pipe diese Liste entgegen und nimmt jedes Mal einen einzelnen Dateinamen. Und dieser Dateiname wird mit dem Prozentzeichen nachher weiterverwendet. Also hier, jedes Mal, wenn ein neuer Name, ein neuer Torrent-Dateiename eingelesen wird, wird an dieser Stelle hier dieser Name eingefügt bei jedem Schleifendurchlauf. Letztendlich ist es ein Schleifendurchlauf. Und dann wird btcheck aufgerufen mit diesen Parametern hier. Dann gibt es so einen Infobereich, der ausgegeben wird auf dem Bildschirm, wo verschiedene Informationen zu dieser Torrent-Datei ausgegeben werden. Und dann gibt es eine Zeile, die Torrent-Hash heißt. Die holen wir uns über grep raus, weil wir nur wirklich diese Zeile haben wollen. Und über set schmeißen wir jetzt noch verschiedene Dinge weg, die wir nicht haben wollen. Damit wir am Ende nur den reinen Hash-Wert haben und nicht hier Torrent-Hash, Doppelpunkt, Freifelder und sonst irgendwas. Und die Ausgaben von den einzelnen Zeilen, also diese einzelnen Hash-Zeilen, schreiben wir in unsere Whitelist-Datei. Da sucht ihr euch irgendeinen Speicherort aus, wo ihr diese Datei ablegen wollt und wo euer Tracker auch Zugriff drauf hat. Dann starten wir den Tracker. Dort brauchen wir wiederum den Port, den wir hier schon mal angegeben haben. Das muss genau dasselbe sein. Und dann geben wir den vollen Pfad zu dieser Whitelist-Datei an und dann läuft der Tracker. Und dann kann es auch schon losgehen mit unserem BitTorrent-Programm, mit unserem Teilnehmer an dem BitTorrent-Netzwerk, mit unserem Peer. Und wir haben quasi zwei verschiedene Rollen. Jedenfalls am Anfang erstmal. Wir haben einmal den Verteiler, der die komplette Datei hat. Und dann haben wir die Empfänger, die auch bereits empfangene Bestandteile von der Datei weiter verteilen können. Ich habe mich da für ARIA 2C, also ein Kommandozeilen-Programm, was Dateien von verschiedenen Quellen runterladen kann. Also HTTP, HTTPS und verschiedenes anderes mehr. Und es kann auch BitTorrent. Das hat gut funktioniert. Also das machen wir schon seit sehr vielen Jahren. In M23 ist es Bestandteil. Und in diesem Projekt funktioniert das gut. Von daher würde ich das auch so verwenden. Wenn ihr was anderes verwenden möchtet, nehmt natürlich was anderes. Das Paket heißt unter Debian ARIA 2. Und dann kann es auch losgehen. Also wir haben einmal den Seed, der Verteiler, der ursprünglich die komplette Datei hat. Und zur Sicherheit löschen wir diese Stern ARIA 2 Dateien. Das sind Status-Dateien. Und aus vorherigen Läufen kann da irgendwas drinstehen, was wir vielleicht nicht haben wollen. Von daher, wenn ich diesen Verteiler neu starte, will ich diese Status-Dateien auch löschen. Dann haben wir hier diesen kompletten Aufruf. Und da habe ich den Parameter gesetzt. Also die Integrität von dieser Datei erstmal nicht überprüfen. Und ja, an alle möglichen Senden heißt das, glaube ich. Dann ist Speed Limit, setze ich da, keine IPv6. Und wie viele verschiedene Verbindungen ich erlauben möchte. Und ich möchte von dem ursprünglichen Verteiler an maximal drei Clients aktuell was senden. Dann habe ich hier mit D gebe ich an, welches mein Startverzeichnis ist. Beziehungsweise dort, wo sich die Torrent-Dateien drin befinden. Und der Punkt sagt, aktuelles Verzeichnis. Also ich muss da rein wechseln in dieses Verzeichnis. Und dann starte ich meinen Client dort drin. Und ich sage ihm hier, mache alle Torrent-Dateien für alle verfügbar. Aber maximal für drei gleichzeitig. Und über diese Parameter kann ich jetzt noch festlegen, wie lange gesendet werden soll, ohne dass man was entgegenkriegt. Und diese Ratio, dieses Verhältnis, darüber lege ich auch fest. Also ich gebe diese Datei an alle wirklich raus, ohne dass ich was zurückhaben möchte. Also bei Bitforn kann man wohl irgendwie festlegen, dass man so ein Verhältnis haben möchte mit, keine Ahnung, 1 zu 2 oder so. Also ich gebe hier einen Teil und möchte dafür zwei zurückhaben. Weil ich ein ursprünglicher Sender dabei bin, will ich das ja gar nicht haben. Also ich gebe alles raus, was nur geht. Für meine Peers sieht das relativ ähnlich aus. Als zusätzlichen Parameter habe ich hier noch Allow Override. Wenn jetzt zufälligerweise eine Datei schon angelegt sein sollte, aus einem vorherigen Lauf von ARIA 2C, und da ist irgendwas schiefgegangen oder, ja keine Ahnung, der Client wurde abgebrochen, der Rechner wurde neu gestartet, und die Datei ist irgendwie so halb stecken geblieben, sage ich hier drüber, dass die Datei auch wieder komplett überschrieben werden kann, wenn ich ARIA 2C das nächste Mal starte. Also vorhandenes Zeugs darf schon weg. Dann wiederum verteilen an maximal drei gleichzeitig. Dann gebe ich hier noch wiederum das Zielverzeichnis an. Je nachdem, wie ich diesen Aufruf mache, kann ich jetzt hier ein komplett anderes Verzeichnis angeben, wo die Zieldatei gespeichert werden soll oder die Dateien. Und dann kommt hier noch die HTTP-Adresse zur Torrent-Datei. Da brauchen wir wiederum den Web-Server. Und dann wird diese Torrent-Datei runtergeladen, wenn ARIA 2C gestartet wird. Und dann geht es auch schon los mit dem Runterladen und wiederum verteilen. Und hier habe ich wiederum genauso diese Verhältnisse. Also alles, was mein Client hat, soll er auch sofort wieder weiter verteilen, ohne dass er darauf pocht, wieder was zurückzukriegen. Also da gibt alles raus, was nur irgendwie geht. Und ja, das ist es denn auch. Soweit ich hoffe, es hat euch wiederum geholfen, dass ihr vielleicht noch mal wieder eine andere Variante gefunden habt, wie ihr große Dateien innerhalb von einem Netzwerk verteilen könnt. Das bringt wirklich sehr viel, wenn ihr ein langsames Netzwerk habt und insofern Lastverteilung unter einzelnen Knoten machen könnt, weil zu einem zentralen NAS oder so die Verbindung sehr limitiert ist. Also das ist ja quasi 1 durch N, also die Bandbreite durch Anzahl der Teilnehmer, die gleichzeitig darauf zugreifen. Und insofern könnt ihr theoretisch, wenn nichts anderes da widerspricht, die volle Bandbreite von eurem Netzwerk ausnutzen. Und das skaliert wirklich sehr gut. Haben wir gemerkt in diesem Projekt, das klappt wirklich super. Ansonsten macht es nach oder lasst es bleiben. Abonnieren, Glocke drücken und bis dann. Und tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020